und herzlich willkommen hier bei holen und willkommen zurück zu einem schönen kleinen rock click video mit dem tun heute morgen geht es weiter mit ach was ich auch nicht mit allen möglichen anderen leuten mit mit alex mighty und am freitag kommt noch alpha und acht leute die bocke wird komplett durcheinander ich hoffe ihr freut euch ich freue mich nämlich wie bolle ja halli hallo und hallo an alle die jäger bezug ich hoffe ihr habt auch hallo gesagt zum tun wenn ich so und wenn ich die könnte auch doch hier im beta code im shop mein creator code eingeben dann würde ich mich freuen holi holen wenn ihr euch ja was kauft und wir legen mal los bisschen zwei wo welcher region möchten sie spielen der herr das dürfen sie gerne auskommen kommen wir gehen mal nach medica rüber wir gehen über den großen teich ja ich meine da ist ja gerade sturm gleich spielen da nicht so viele das kann sein die haben gerade andere probleme richtig die haben gerade noch spielen dann sind sie entweder nicht betroffen oder sind aber nur richtig oder kompletten bilder ja so und wenn ihr auch will sein ich habe nämlich gerade geschrieben bevor ich angefangen habe zu spielen könnt ihr auch gerne mal auf meinem twitter-account vorbeigucken da würde ich mich freuen wenn ihr da malo sagt soll ich verrunde war ja auch da war nämlich auch gerade noch da ja ich habe das letzte drüber über mehr zum schon genau zum schon war der der nicht der opener sondern der hinten nach war der rausschmeißer richtig und er geht noch mal hoch aber der ding aber das spiel noch tatsächlich nicht so palle da haben wir leider verloren aber nicht zu hoch ja wird das lachen auch wieder an weil ich tatsächlich unaufmerksam war durch den chat und alles jetzt habe ich hier keinen aktiven live chat und beide geblockt den ball aber ich muss ja jetzt hier kommentieren davor vom tung stone gott sagt ja eine wilde sache eine wilde sache ich habe sie wusste ich gekriegt wie hat er denn die muss doch gekriegt von mir wird man nicht hier nicht warten entschieden bestimmt er lockt ihn einfach so weg so jetzt muss du verteidigen ich habe kaum ja der kommt zu dir nein ja ich bleibe beim 2 macht immer weiter ich hab ich hier so und mir war den dem buchstier habe ich bitte da kommt gefährlich ok super geblockt abgewählt und ich habe irgendwie ich wollte die kontrolle über das spiel verloren hilfe gut da kommt noch mal bleibt noch mal für dich aber der blockt mich ja da stand ich zu nahe da komme ich nicht mehr hinterher er hat mich geblockt und da war es vorbei ich bin nicht mehr ich war zu nah schon dann hätte ich den werk schon halten müssen ich spielte nach rechts wenn alles klappt ok ne klappt nicht weil er möchte nicht dass ich das macht jungen hat sehr glück jetzt haben sie wieder lag hier mann 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 wie geplant ja das ist ja ja passiert aber wir haben noch zeit tun wir machen das denke ich hoffe ich bin ja auch denkt wir schaffen das hier daumen nach oben nicht war ich habe nicht gedacht dass du dran gehst weil du mein bus hat ist irgendwie nicht gesprungen ja ja ach shit oh scheiße ja da kommt direkt ne hat er eh hat man die weihnachtsteuer-explosion ne oder auf da ist ein bisschen früh naja wann machst du dein weihnachtsauto wieder wirklich zum ersten dezember ah ok diesmal aber mit dominus nicht mehr mit fennig so wie die letzten jahre ja du hast du mal den fennig mit der kaffeetasse mit der mit der kakaotasse auf dem kopf ne genau das wird jetzt alles im dominus style wird das jetzt ein du bist du jetzt aktuell mehr auf dem dominus trip kann ich gerne machen also das ding war ja ich ihn aber auch genau das ding ist einfach ich habe ich mache ab und zu mal so zufällige auto challenges ja habe ich einfach mal den dominus einfach mal per Zufall zu fliegen mit dem preset dazu bekommen und paar male mit ihm gespielt und das hat so gut geklappt dass das jetzt auch die male danach auch im ranked sehr gut funktioniert hat und seitdem habe ich den dominus nicht mehr missen wollen und das ding ist auch ich habe danach nochmal das war einige monate später habe ich nochmal mit dem fennec gespielt nur um zu gucken ob es dennoch klappt mit dem auto dann was ich in der vergangenheit auch gespielt habe das immer noch sonst und das hat gar nicht mehr geklappt also ich bin von fennec und opten komplett weg und wird mich mittlerweile nur noch dem auto geben ah ok oh nein schade ja spielen doch weg vom tor das ist eine gute sache ich treffe ihn aber nicht in der luft ich hatte den jetzt nicht doch ja klar macht ja auch noch spielen ziehen da dreht sich und so auf naja das konnte er nur machen weil er jetzt auch viel zeit hatte ja ja das war jetzt scheißegal weil die hatten zweitore vorsprung gab doch in der dinge versammelt hätte genau gut bleibt mir doch mal gerne die kommentare welches auto ihr aktuell bevor schönes ding ich muss sagen ich habe tatsächlich habe nie nicht wirklich so ein richtiges auto wo ich sage nee das fahr nur das fahre ich nur ich bin so ein wankelmütiger ich fahre wirklich so jedes auto wenn ich mich schnell und wendig fahren will fühlen will ein kleines auto manchmal fahre ich den nomad flaches auto wie 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 den ferrari oder so denn da habe ich auch schon öfter mal bock drauf nein bevor ich denn da durch hd treffe ich mal ja knapp heißen wir werden das nächste spiel gewinnen müssen das werden wir noch ein drittes hinterher so gesagt geht hat das gesagt und will der sache er hat gesagt leute er hat gesagt dann nehme ich mir ein ein truppi frutti weißt du von harry bodis oder was richtig die dinge die waren im kaufland für 77 cent die haben da habe ich mir mein tüschchen gehoben gibt auch mittlerweile so weihnachtstüten von harry wo irgendwie so wichtig helfen oder so kleine geschenkchen als fruchtgummis ok da war lauf hier habe ich tatsächlich nicht gesehen wir hatten jetzt noch so helloween sagen so geister und so hatten die ok macht ihr danach einmal ein foto und schickt ihr das in discord ja kannst du machen die packung die packung nämlich noch nicht aufgemacht ok wenn ihr welche harry wo süßigkeit erst die am liebsten leute schreibt es in die kommentare ich schneide mal bis zum nächsten spiel so leute da sind wir wieder jetzt habe ich ein anderes autos gewählt gerade klein und wendig jetzt groß und ja man muss auch mal mit dem kopf durch die wand leute das ist nein ob sie ach du bist schon wieder gesponsert ich bin da genau habe ich schon so großes auto und treff den ball nicht naja das macht das große auto mit dem twin seite ich wahrscheinlich nicht gehabt ich habe mich weggebumst jo schade also sie sind wohl sehr oft beim gedacht ja aber kriegen wir trotzdem die sind halt schnell ja ja das kommt darauf an ob wir sind weil unser ping ist ja halt der hallo wie steht vor der tür deswegen der marshmallow mann aus meinem tor und wie sieht ihn nicht aber ihr seht ihn ne ich sehe was anderes also ich sehe gerade höhenfeuer im gold ist ja ähnlich wieder ähnlich gruselig ja gruselig schön auf jeden fall ja hallo hallo alex grüß dich wir sind gerade noch in einem spiel bin gleich würde ich da da ist der alex leute er ist gleich dabei er kommt zu dir tun gleich geht er ja los mit dem mit dem rahmen alle hallo zusammen jetzt nicht unnötig sein ich habe euch ja gesagt heute diese woche wird und gott heute ist es alle waren die woche hat ihn hat ihn ne 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 da war ich nicht gut ne 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 böse spiel böse epic games gleich melden genau einmal böses spiel in die kommentare böse werft den porschen zu boden wieder auch eigentlich doch mit einer buchse und kein buch aber das schön schade ist ein bisschen bei links die tropft und explodiert wenn ich jetzt mehr wusste so meiner ja der pass war auch ein bisschen hart gespielt den hätte ich kriegen können absolut kriegen können keine ahnung warum sollen bewusst wollen wir haben noch genug ich habe ihn nicht nur das schön dass ich hatte erschießt dass er mich explodieren lässt aber gefährlich ich bin schon wieder zerstört worden also die sind rechts 100 schade dass wir ein schöner damit geworden wenn ich gegen gemacht hat mir schön gewesen ja kein boost übernehmen ja das davor wollte ich gerade gewarnt haben ja ich konnte nicht ausweichen ich habe ihn kommen sehen ich habe ihn ja gesehen haben beim meinem heck aber schön wie so zögerlich also die amerikaner gemäckert nicht ganz schön auf den sack ja die sind echt gemein da kann man wie der sich durch die gegend rollt verdreht und rollt ja es rollt vor allem ja ja das kannst du keinem erzählen was habe ich da gerade gemacht reden würde ich darüber ich will das nicht das war schön das war schön guck mal ruck zock machen wir die torgermann die anschluss da sind wir wieder ich hole mir recht muss man guckt auch richtig jungen 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 von 1 4 auf die ist hier ja und das ist 20 sekunden das ist das ich habe keine tatschen die gerade versagt nein so nein ich komme nicht noch mal dran ich habe kein bus nicht er geht nicht doch der geht ja ich wollte eigentlich den boost haben und dann konnte ich machen der pass war natürlich in der alphas auch schon da das war's für heute morgen sind diese anderen beiden oder der meinte ist ja auch noch da diese woche sind auf jeden fall alle noch da und hat sie da bock drauf habt könnt ihr da gerne leiten kommentieren abonnieren und natürlich im shop mein creator code eingeben oli lol mann ihr könnt doch nicht im creator code was eingehen so und hier die grüße an meine kanalmitglieder an meine lauten unterstützer vielen dank ksw vielen dank tombstone vielen dank phil vielen dank wie nix und vielen dank blacky panda vielen dank für eure unterstützung